Du möchtest Thüringer Klöße selber machen und suchst nach einem Rezept, das dir garantiert gelingt und dir einen Haufen Arbeit spart im Vergleich zur klassischen Methode? Dann bist du hier genau richtig. Ich verrate dir in diesem Video alle Tipps und Tricks, die du wissen musst, um die perfekten Thüringer Klöße herzustellen. Für dich lohnt es sich, das Video bis zum Ende anzuschauen, denn du lernst eine neue, einfache Methode. Du sparst dir Zeit und Aufwand. Du kannst mit meinem Rezept auf das Klößweiß verzichten und deine Klöße bleiben trotzdem hell und appetitlich. Und nach diesem Rezept werden dir die Klöße sicherlich gelingen und viele Freunde finden. Und du auch. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, mir einen Kommentar schreibst oder mir einen Daumen hoch gibst. Thüringer Klöße versetzen mich immer zurück in meine Kindheit, als meine Oma die leckersten Sonntagsbraten mit den besten Klößen gezaubert hat. So oft wie es ging, habe ich ihr dabei geholfen, zugeschaut und natürlich wollte ich später auch lernen, wie das Ganze funktioniert. Mit einem motivierenden, das kriegst du eh nicht hin, hat sie mich dazu gebracht, immer weiter zu üben, bis ich selber in der Lage war, Thüringer Klöße herzustellen. Und genau das machen wir jetzt auch. Zu den Zutaten. Für die Thüringer Klöße brauchen wir ein Kilo mehlig kochende Kartoffeln, 10 Gramm Salz, zwei Scheiben Toast, 50 Gramm Butter, vielleicht aber nur zur Not ein bisschen Kartoffelmehl und auf gar keinen Fall Klößweiß. Das sparen wir uns nämlich einfach. Mit meiner Methode geht es auch ohne Chemiekeule. Die Hälfte der Kartoffeln wird geschält, in Stücke geschnitten und im heißen Wasser 15 Minuten lang weich gekocht. Bei dem zweiten Teil der Kartoffeln, das ist der Bereich, da passiert gleich die Magie. Was wir jetzt nämlich machen müssen, ist, wir müssen die Fasern von der Stärke und dem Wasser trennen. Das brauchen wir, damit die Klöße nachher gut zusammenhalten und wir keinen Kartoffelbrei oder eine Kartoffelsuppe haben. Im Rezept meiner Oma und in vielen anderen Rezepten, die ich kenne, wird empfohlen, die Kartoffeln über eine Reibe zu ziehen und danach auszupressen. Dazu braucht man ganz schön viel Kraft und Geduld und man erzielt nur ein mittelmäßiges Ergebnis. Weil die Kartoffeln so lange an der frischen Luft liegen und mit dem Sauerstoff oxidieren, werden sie braun und man braucht später das Klößweiß, um wieder eine schöne Farbe herstellen zu können. Da man mit dieser Methode es auch nicht schafft, die komplette Stärke aus den Kartoffeln zu bekommen, muss man mit Kartoffelmehl arbeiten, sonst halten die Klöße nicht zusammen, verlieren aber gleichzeitig auch wieder an Konsistenz. Bei meiner Methode verwenden wir einen Küchenmixer. Dazu schämen wir die Kartoffeln, vierteln sie, legen sie direkt ins Wasser und pürieren sie dann einmal durch. Ohne Kraftaufwand haben wir hier in wenigen Sekunden das perfekte Ergebnis. Da die Kartoffelfasern im Wasser liegen, kommen sie nicht mit dem Sauerstoff in Berührung, werden nicht braun, bleiben also schön weiß und wir können uns das Klößweiß sparen. Da die Kartoffeln sehr fein püriert sind, fällt auch die Stärke gut aus und wir brauchen später kein Kartoffelmehl und erhalten eine schöne Konsistenz. Jetzt ist es Zeit, den Teig herzustellen. Dazu brauchen wir zuerst die gekochten Kartoffeln, schütten hier das Wasser fast vollständig ab und stellen einen trockenen Kartoffelbrei her. Als nächstes brauchen wir unsere gemixten Kartoffeln und trennen hier Fasern von Stärke. Dazu legen wir in eine Küchenschüssel entweder ein Passiertuch oder ein Geschirrtuch, schütten die Kartoffelmasse drauf und drücken das Ganze aus. Die Kartoffelfasern aus dem Passiertuch, die Stärke aus dem Mixbehälter und das Salz rühren wir jetzt unter den Kartoffelbrei. Damit unser Kartoffelbrei auch eine richtige Bindung erhält, muss das Ganze auf der Herdplatte geschehen. Bei mir ist das auf Stufe 4 von 10. Durch die Hitze entsteht die richtige Bindung und wir erhalten einen schönen zählen Kartoffelteig. Zum Schluss gießen wir noch das Wasser aus der Schüssel mit dem Passiertuch ab, denn auch hier versteckt sich noch etwas Stärke. Diese Stärke heben wir auch noch unter die Kartoffelmasse und fertig ist unser Kloßteig. Um zu testen, ob der Teig ausreichend Bindung hat, wird in vielen Rezepten empfohlen, einen Probekloss zu kochen. Ich finde, das ist keine gute Idee, denn wenn es nicht klappt, dann ist die Teigmenge für einen Kloß und zwei Liter Wasser für den Ausguss. Deshalb machen wir keinen Probekloss, sondern ein Probeklößchen. Dazu füllen wir in eine kleine Schale heißes Wasser, stechen einen walnussgroßen Probekloss ab und warten 60 Sekunden. Wenn der Kloß sich nicht auflöst, können wir direkt weitermachen. Ist der Teig noch nicht genug gebunden, dann kommt der Teig zurück auf den Herd bei Stufe 4 von 10. Wir rühren einen Esslöffel Kartoffelmehl ein und danach machen wir ein weiteres Probeklößchen. Dann ist es jetzt Zeit, die Klöße zu formen und zu kochen. Dazu stellen wir einen Topf auf mit 2 Liter Wasser und 5 Gramm Salz. Gleichzeitig erstellen wir noch unsere Groutons, in Franken Bröckerle genannt. Dazu schneiden wir das Toastbrot in kleine Würfel und braten es in der Pfanne mit Butter an. Jetzt füllen wir in eine kleine Schale kaltes Wasser, tauchen unsere Hände hinein, damit der Kloßteig nicht an den Händen klebt, stechen 150 Gramm Kloßteig ab formen den rund, drücken ein Loch hinein, legen in das Loch drei Bröckerler und formen dann einen schönen runden Kloß. Dieser Kloß kommt jetzt für 15 Minuten ins Wasser und danach ist er auch schon fertig. Lass es dir schmecken und dich feiern. Die Klöße passen zu Wildgerichten, Rouladen, Schweinebraten oder als Einlage für eine Meerrettichsuppe. Ich hoffe, meine Oma ist auf ihrer Wolke da oben ein bisschen stolz auf ihren Enkel, dass wir jetzt in der Lage sind, ihre Klos-Tradition weiterzuführen und innerhalb von 40 Minuten und ohne Zugabe von Klößweiß oder Kartoffelmehl leckere Klöße zu genießen. Schreib mir gerne deine Erfahrungen mit diesem Rezept hier unten in den Kommentar und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Wenn du einmal nicht selber am Herd stehst, sondern eingeladen bist und ein schönes Geschenk für den Gastgeber suchst, dann schau doch mal auf unsere Seite auf www.wellnuss.de Dort findest du viele schöne Geschenkideen. Bis zum nächsten Mal.